Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Wechselschaltung hier mit einer Steckdosenkombination fachgerecht anschließen kann, damit das Ganze natürlich auch richtig funktioniert. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür wir spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schreiber an, wie das Ganze jetzt eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall kommen wir von der linken Seite mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer ersten Steckdosen-Lichtschalterkombination. Von daraus geht es dann weiter mit einer 5-artigen Leitung zu unserer zweiten Kombination und zum Schluss noch mit einer 3-artigen Leitung direkt weiter zu meiner Lampe. Wichtig ist, das hier ist jetzt keine sogenannte Sparwechselschaltung, denn hierfür habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Am Anfang schaut das alles etwas kompliziert aus, doch deswegen gehen wir es jetzt auch einmal Schritt für Schritt durch. Der blaue Neutralleiter wird erstmal hier unten auf unsere erste Steckdose angeschlossen und von dort aus geht es dann auch wieder zurück und direkt zu meiner zweiten Steckdose rüber. Auch hier schließe ich das Ganze an und muss meinen blauen Neutralleiter anschließend auch wieder zurückführen, denn danach benötige ich ihn auch noch hier hinten bei meiner Lampe. Der grün-gelebe Schutzleiter, der schaut jetzt eigentlich wieder relativ ähnlich aus. Ich gehe auch von hier erstmal auf meine Steckdose nach unten runter, danach geht es direkt zu meiner zweiten Steckdose und zum Schluss wird das Ganze auch noch bei meiner Lampe hier hinten angeklemmt. Den weiß-braunen Außenleiter benötigen wir zuerst einmal für unsere Wechselschaltung und anschließend natürlich auch noch für unsere Steckdosen. Für die Wechselschaltung wird das Ganze beim ersten Schalter auf die Eingangsklemme L angeschlossen, geht danach direkt weiter und wir erhalten zwei Ausgangsklemmen, welche normalerweise mit so einem Pfeil gekennzeichnet sind. Von dort aus geht es von der ersten Ausgangsklemme mit dem schwarzen korrespondierenden Leiter weiter zu unserem zweiten Schalter. Hier wird das Ganze jetzt einfach blöd gesagt verkehrt herum angeschlossen, bedeutet hier ist die Eingangsklemme jetzt mit dem Pfeil gekennzeichnet und dasselbe Spiel machen wir auch mit unserem grauen korrespondierenden Leiter hier. Von dort aus geht es dann auch geschalten weiter zu unserer Ausgangsklemme L und danach mit dem braunen Außenleiter direkt zu unserer Lampe. Die Wechselschaltung passt so weit und jetzt können wir mal unsere Steckdosen noch richtig anschließen. Hierfür verwenden wir die zweite Eingangsklemme hier oben, welche elektrisch mit der ersten verbunden ist und von dort aus können wir dann auch mit einem freien braunen Außenleiter direkt auf unsere erste Steckdose hier runter gehen. Auch dort haben wir wieder eine zweite Klemme, welche elektrisch miteinander verbunden ist und von dort aus können wir dann nämlich mit dem braunen Außenleiter von unserer 5-artigen Leitung direkt zur zweiten Steckdose rüber gehen. Wichtig ist auch noch zu sagen, da eine Steckdose ja bis 16 Ampere ausgelegt sein muss und so ein Lichtschalter hier normalerweise nur bis 10 Ampere ausgelegt ist, dass wir ja auch keine Schwierigkeiten haben, da wir natürlich nicht über den Lichtschalter drüber gehen, sondern davor das Ganze schon abzweigen. In der Praxis kommen wir von unserer linken Seite mit der 3-artigen Zuleitung zu unserer ersten Lichtschalter-Steckdosen-Kombination, danach geht es direkt weiter mit der 5-artigen Leitung zu unserer zweiten Kombination drüber und am Ende haben wir noch die 3-artige Leitung, welche jetzt zur Lampe hier hoch geht. Diese Lampe habe ich übrigens auch schon mal in einem anderen Video fachgerecht angeschlossen. Auch meine Hohlwanddosen sind schon fachgerecht eingebaut mit so einem speziellen Verbindungsstück, habe ich auch eine Verbindung hergestellt zur unteren Hohlwanddose und jetzt geht es darum, dass ich meine Leitung hier mal um ca. 20 cm abmantel und danach einfach darauf achte, dass noch 1 cm von dem Mantel hier hinten in die Dose übersteht, dass ich auch eine entsprechende Zugentlastung habe. Wenn das dann soweit passt, habe ich mir gleich mal meine beiden blauen Neutralleiter, meine beiden grün-gelben Schutzleiter und vor allem auch meinen braunen Außenleiter meiner 5-artigen Leitung hier nach unten durchgezogen durch das Verbindungsstück hier hinten und den braunen Außenleiter meiner Zuleitung und vor allem auch die zwei korrespondierenden Leiter hier benötige ich ja nur oben, weswegen ich das Ganze jetzt mal auf gute 10 cm auch abkürzen kann. Bei der zweiten Kombination schaut es laut Schallplan relativ ähnlich aus. Der braune Außenleiter meiner 5-artigen Leitung geht nach unten, meine beiden grün-gelben Schutzleiter und auch meine beiden blauen Neutralleiter natürlich auch. Und hier oben haben wir jetzt meine zwei korrespondierenden Leiter und mein brauner Außenleiter, welcher direkt zur Lampe geht, weswegen ich jetzt aber auch hier oben das Ganze schon mal auf gut 10 cm dementsprechend abkürzen kann. Und hier unten mache ich es zur Übersicht auch nochmal auf dieselbe Länge. Im nächsten Schritt isoliere ich mir alle meine Leiter mal auf genau 11 mm ab, so wie es für meinen Steckdosen-Einsatz und vor allem auch meinen Wechselschalter-Einsatz perfekt ist. Und danach kann ich jetzt auch schon meine verschiedenen Einsätze richtig anschließen. Da ich aber jetzt Hohlwanddosen habe, habe ich bei mir hier auf der rechten Seite und hier auf der linken Seite bei allen Einsätzen die Schrauben dementsprechend noch abgedreht, denn dadurch kann ich jetzt nämlich hier diese sogenannten Spreizkrallen hinten noch rausnehmen. Diese sind nämlich zum Befestigen bei Unterputzdosen geeignet und im schlimmsten Fall könnten sie bei einer Hohlwanddose sogar einen Leiter hier hinten drin beschädigen, was wir natürlich auf gar keinen Fall haben möchten. Ich habe all meine Krallen jetzt ausgebaut und auch noch so einen freien braunen Außenleiter mal von hier oben zu meiner unteren Hohlwanddose hingezogen. Das passt so weit und das Ganze habe ich hier oben jetzt auch schon angeschlossen. Der zweite braune Außenleiter ist ja von meiner Zuleitung. Hier unten links ist zum einen mal der graue korrespondierende Leiter und hier unten auf der rechten Seite, also bei der zweiten Ausgangsklemme, schließe ich jetzt auch meinen schwarzen korrespondierenden Leiter an. Natürlich wird der Wechselschalter um 180 Grad gedreht zu meiner Hohlwanddose schauend eingebaut. Ich habe das Ganze nur mal verkehrt herum angeschlossen, damit man es einfach besser verstehen kann. Und jetzt geht es darum, dass ich meinen Einsatz auch mal hier dementsprechend bei dem Infestigungsschrauben hineingebe. Dann kann ich das Ganze entweder mit einer Wasserwaage oder mit solchen vorgefertigten Linien dementsprechend ausrichten und danach natürlich auch noch meine zwei Befestigungsschrauben hier festmachen. Und somit können wir jetzt auch schon hier unten bei der Steckdose weitermachen. In der Mitte werden die zwei grün-gelben Schutzleiter angeklemmt. Hier auf der linken Seite die zwei braunen Außenleiter und auf der rechten Seite meine zwei blauen Neutralleiter. In diesem Fall könnte ich übrigens auch die braunen Außenleiter und die blauen Neutralleiter miteinander vertauschen. Hier gibt es einfach keine Richtlinien dafür, da das Ganze natürlich auch andersrum funktioniert. Jedoch sollte man sich auf jeden Fall angewöhnen, dass man im Haushalt immer dieselbe Belegung hat. Ich habe links immer meine Außenleiter und auf der rechten Seite meine Neutralleiter. Wenn auch das passt, den Einsatz mal wieder dementsprechend bei unserem Befestigungsschrauben hineingeben, das Ganze mit einer Wasserwaage ausrichten oder wie bei mir hier mit den Linien. Und danach können wir auch schon mit den Rahmen weitermachen. Hier für diesen von vorne aufsetzen, die Wippe dementsprechend auch richtig herum aufbringen. Blende kann ich dann natürlich auch schon drauf machen. Und zum Schluss noch die Steckdosenblende von vorne drauf machen und danach natürlich nicht vergessen, diese Schraube hier anzuziehen. Und somit haben wir nämlich auch schon unsere erste Kombination richtig angeschlossen und machen dasselbe jetzt natürlich auch laut Schalpler noch bei unserer zweiten. Hier für den braunen Außenleiter zu meiner Lampe gehen, bei L anklemmen. Unten rechts kann ich dann meinen schwarzen Korrespondierenden drauf machen und auf der linken Seite meinen grauen Korrespondierenden. Danach den Einsatz wieder bei den Befestigungsschrauben hineingeben, das Ganze auch dementsprechend ausrichten und mit meinen Schrauben natürlich wieder festdrehen. Auch die Steckdose schließen wir wieder gleich an. Auf der rechten Seite die zwei Neutralleiter, in der Mitte die zwei grüner im Schutzleiter und auf der linken Seite meinen braunen Außenleiter. Gebe den ausgerichteten Einsatz in die Befestigungsschrauben und kann natürlich diese dann anschließend auch festdrehen. Zum Schluss den Rahmen aufsetzen, Wippe richtig herum einklipsen, Blende von vorne richtig herum aufbringen und dann natürlich auch nicht die Steckdose hier unten vergessen und vor allem diese Schraube auch noch festdrehen. Da wir soweit fertig sind, habe ich wieder Spannung auf das System gegeben und jetzt darüber prüfe ich das Ganze mal noch auf Funktionalität. Und egal welchen Schalter ich jetzt betätige, das Licht geht an bzw. aus und vor allem ich habe auch immer 230 Volt bei beiden Steckdosen anliegen. Und somit habe ich jetzt auch schon so eine Wechselschaltung hier mit einer Steckdosenkombination fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Lichtschalter-Steckdosenkombination, verschiedene Leitungen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.